Das ist die geile Moni, Moni ist ein Format, statt bekannte Hobby-Hure, jeder drückt es schon mal ran. Doch jetzt hat sie was Neues, sie hat es gleich geklemmt, denn sie hat entdeckt, wie viel Porno in den Boxen steckt. Sie sitzt allein im Auto, sie kann sich auch selbst verwöhnen, scheiden sich beschlagen, Akustikraus spielen sie so schön. Sie trägt den Bass auf Max, so dass das Fleisch vibriert. Sie trägt den Bass auf Max, so dass das Fleisch vibriert. Sie trägt den Bass auf Max, so dass das Fleisch vibriert. Sie trägt den Bass auf Max, so dass das Fleisch vibriert. und sehen uns nicht wieder.